Herzlich Willkommen und Jaa 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 Wir tun uns heute War of Wargings an, Beta, Alpha, Edons, Edons Wir spielen Sachsen, Wikinger Sachsen Oh, was ist das hier? Oh, dann tritt ich bei Rauner Fuchs Und klasse auswählen Und wir nehmen Die Fouls Warrior Und los geht Ein Monster zu drücken Eroberung Werf die Heidenpest aus unserem Land Die BIM! Die BIM! Oh Meine Wunden sind schwer Ich muss sie werden Hmmmm What a new thing Kann ich mir andere Klasse nehmen? Ich möchte andere Klasse nehmen Und mit Witzel und mit Witzel und mit Witzel Ich bitte auch nicht nicht an Nein nicht Ist klasse Und Oh Kiekt jetzt an Sack, Junge Erstmal schön ihn gehittet Oh Der Mini Naja Ich muss unbedingt meine Klasse freischalten Ich muss meine Klasse freischalten Ich muss meine Klasse freischalten Du zunächst Nix Mann Das Schild ist doch scheiße Da gehören sie auch alle hin Schön die Feier Hallo Mann Alter Ich möchte doch einfach auf den Level steigen Ich kann das nicht nach anthem Gut 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 Wo ist der Rest? Ja, sicher. Was ist das denn, Alter? Und mehr backen kann das Spiel nicht? Oder wie kann er auch immer so runterschlagen? Bei mir kommt nicht mal der Schlag von unten an. Das ist ein Dreckiger. Ah, halt die Fresse. Ja, schlag dich gleich in die Fresse. Ja, sicher. Nee. Es ist ein Witz. Und, er wirft mich von hinten an den T-Mater. Alter. Warum hat wohl ich den nicht schwer getroffen, Alter? Ich sag nicht. Ah, wie scheiß Helm ist das hier? Kann ich überhaupt denn? Nö. Loll. Und fange ein, Juhu! Was, Engel! Wir holen sie! Was für eure Schwerter schmecken! Ja! Ja! Oh, haben wir zwei gebraucht. Toll. Oh, lalala! Oh, lalala! Ich bin ein paar mehr Heiden zum Abschlachten suchen. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. Wir säubern das Reich! Ich bin ein paar Jahre alt. Wir säubern das Reich! Zwei! Nimm das Wachs! Ja! Ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. Sie stürmen das Ziel! Lasst es nicht in Ihre Hände fallen! Ich bin ein paar Jahre alt. Oh! Ich bin ein paar Jahre alt. Oh! Scheiße! Da war der Stich schneller als man ihn schlagt. Ich bin ein paar Jahre alt. Und das ist ein paar Jahre alt. Heißt der Sie? Ich bin ein paar Jahre alt. Ich habe den Ausfüllen. Alter! Ach so dumm mit dem Schild irgendwie. Oh, schon besser. Ja, danke. Ach, die ganzen Sperre in der Hand oder was? Schön, die ganzen Sperre in der Hand. Kann sich da mal heilen, warum das für... Oh. Sie stürmen das Ziel! Lasst es nicht in Ihre Hände fallen! Sie holen sie! Lass sie aufs Schwert verschlecken! Mach dich für die Hölle bereit, heide! Halt sie! Halt sie! Halt sie! Ich bin da oben. 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 Oh. Oh! Ja! Ich bin toll! Ja! 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 Ich kann gleich wieder weitermachen! Schnell! Schnell! Ja! 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 Du musst uns ein paar mehr halten zum Abschlachten! Wo ist der Rest? Sie erobern die Mauer! Schlagt sie zurück! Beschuss! Sie stehen wieder auf! Haut sie um! Sie stehen wieder auf! Haut sie um! Wo ist der Rest? Schütze mich, Sachse! Ich bandagiere! Sie erobern die Mauer! Schlagt sie zurück! Sie erobern die Mauer! Ach komm ey! Schau! Hm! Hm! Das richte richtig Scheiße! ich kann das hier Ja, sicher. Ach, der hat... was... was ist das denn? Ja, sicher. Ja, sicher. Ach, der hat... was... was ist das denn? Was ist das denn, oder was? Ernst merke ich auch. Ja, doch, der hat sich duckt, da ist kalt der Wichser. Ich bin auch nicht älter, die machen hier Tricks, die Lügen. Oh, sie spielen mehr Spiel. Das ist ein Grund, um es mehr zu spielen. Passt auf Bogenschützen! Passt auf Bogenschützen! Passt auf Bogenschützen! Den hol ich mal den Wichser. Ja, du Wichser, neuer. Ja! 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 Hallo, ey! Ja! Braucht doch noch drei Jahre, um den Schild zu ziehen! Oh, meine Frisse, ey! Sie erobern die Mauer! Schlag sie zurück! Ok! Ich bin drin! Ja! Ja! Das Spiel ist irgendwie... ich weiß nicht, also vorbildlich ist es besser. wenigstens drei klassen hattest du hier am Anfang gehen konntest. hab ich nur eine Pissschild... ...oh, hier liegt das hier. ja, ich kann... ja, ich kann... ja, ich kann... die Sauer hebt sich! Schlag sie mir! Sie stürmen das Ziel! Lasst es nicht in ihre Hände fallen! So, wir sind zurück... äh, das Spiel hab ich mit... äh, ja, äh... gut, Charakter... 4, bla... dann haben wir schon nichts... ich spiel auch nochmal... okay, okay... okay...